Hallo Leute und herzlich willkommen hier beim 1000 Abonnenten Special Part 2 sozusagen oder Part 3, kommt drauf an welche Videos ihr schon vorher gesehen habt. Auf jeden Fall nach dem Hauptvideo, wo ich jetzt gerade dabei bin hier das aufzunehmen, ist schon wieder ein Abonnent dazugekommen. Danke dafür an den einen, aber natürlich auch an alle über 1000 anderen nochmal hier ein herzliches Dankeschön. Und ja, wir sind hier bei den Hunger Games oder ihr seid bei dem Hunger Games Video und zwar soll das Ganze stattfinden am Freitag, den 19.04. um 20 Uhr. Das Ganze läuft einfach deswegen, weil ich dachte, ich habe hier schon mal ein Fliff-Treffen gemacht, ich habe jetzt schon ein neues Fliff-Treffen angekündigt und ich wollte einfach mal was machen. Es gibt ja auch genug Abonnenten, die jetzt einfach nur Minecraft gucken und mich deswegen abonniert haben und gar nicht in Fliff interessiert sind. Und deswegen mache ich das für die jetzt auch noch, da das so ein zweites großes Projekt ist von mir. Und ich habe gedacht, ja in Minecraft, was kann man da schönes machen, was zusammenbauen zu mehreren, also zu 10 oder 20 Leuten ist das nicht mehr so toll. Let's Play Together ist auch nicht mehr so toll, das kriegt man einfach gar nicht mehr koordiniert und deswegen habe ich mir gedacht, ach komm, Hunger Games ist doch eine coole Sache. Ich habe selber noch nie gespielt, aber das wird dann auch die Premiere sein. Auf jeden Fall, ich hoffe, ich verrecke nicht zu früh, aber das sehen wir dann. Auf jeden Fall habe ich noch eine große Bitte jetzt hier an euch, also wenn ihr noch nicht abgeschalten habt, hört noch bitte kurz zu. Und zwar brauche ich einen Server und zwar, ja einfach einen Online-Server, sowas wie Nitrado oder sonst was, da gibt es ja genug Anbieter, die das eben machen. Und ich habe selber leider keinen und ich bräuchte den auch nur für so zwei Stunden eben am Freitag, den 19.04. um 20 Uhr. So lange geht ja so ein Hunger Games Match jetzt auch nicht, also gerade so, was weiß ich, oder den Abend eben. Wenn ihr da einen habt und ihr mir den zur Verfügung stellen würdet, das wäre richtig cool, denn selber habe ich keinen und ich könnte das dann zwar natürlich über Tangle oder Hamachi hosten, aber, also, ja, das kennt ihr wahrscheinlich selber. Also, das spackt schon bei fünf Leuten und wenn dann irgendwie 20 drauf sind, kann man das Ganze vergessen und dann macht das gar keinen Spaß mehr. Da macht insgesamt Minecraft-Spielen keinen Spaß mehr, aber wenn es dann auch noch Hunger Games ist, kann man es gerade vergessen. Deswegen bin ich hier etwas auf eure Hilfe angewiesen und ich brauche eben einen Server. Also, wenn ihr irgendwen kennt oder wenn ihr selber sogar einen habt, wäre das richtig cool, wenn ihr mir für den Abend den zur Verfügung stellen könntet. Also, ich musste auch gar kein Passwort haben, ich würde dann euch die fertige Map, also, ich habe die Map schon, ich habe den Ordner schon, ich habe die ganzen Server-Conflicts schon, wenn ihr mir die dann, äh, wenn ihr, ich schicke die euch dann zu und dann müsstet ihr die nur noch hochladen und eben starten. Das wäre cool, wenn ihr dann euren Server kurz pausieren könntet oder sonst was. Der müsste insgesamt 24 Slots haben, das ist natürlich auch noch ganz praktisch, weil insgesamt gehen 24 drauf, das wäre richtig cool. Das Ganze hat natürlich noch einen kleinen Vorteil für euch, sonst wäre das ja, sonst würde es ja vielleicht gar keiner machen. Wäre natürlich cool, wenn ihr es trotzdem machen würdet, aber auf jeden Fall auch noch einen kleinen Vorteil, ihr seid damit schon mal gesichert dabei bei den Hunger Games und ihr könnt auch noch einen Freund mitnehmen. Also, das heißt nicht nur so, dass ihr dabei seid, sondern auch noch einen Freund von euch. Ähm, denn die Plätze sind natürlich begrenzt bis 24, eigentlich nur 22, weil ich und Max auch schon mal zwei Plätze wegnehmen, wir sind natürlich hier dabei, muss sein. Und deswegen sind nur noch 22 Plätze frei, deswegen könntet ihr schon zwei haben, wenn ihr einen Server habt, den ihr mir zur Verfügung stellt. Die restlichen 20 oder, ja, 20 Plätze werden eben verlost und zwar müsst ihr dafür einfach nur unter dieses Video einen Kommentar schreiben. Wenn ihr kein Interesse habt, an einem Hunger Games, also bei Hunger Games mitzumachen, schreibt bitte auch keinen Kommentar hier drunter, gar nicht so cooles Video, so gefällt, drückt einfach gefällt mir, wenn ihr es cool findet. Das wäre schon richtig gut, aber schreibt bitte keinen Kommentar, wenn ihr kein Interesse daran habt, weil ich verlose dann unter den ganzen, die einen Kommentar unter diesem Video geschrieben haben, eben die restlichen 20 Plätze, die zur Verfügung stehen. Wenn es weniger sind, seid ihr schon mal sicher dabei, wenn es mehr sind, dann wird es eben ausgelost. Ich schreibe euch dann an, wer gewonnen hat bzw. wer eben dabei ist und schicke euch dann auch noch gleich die IP, sobald ich eben einen Server gefunden habe, wo ich diesen Server hosten kann. Und jetzt nicht wundern, falls ihr jetzt schon einen Kommentar schreiben wollt, falls die noch deaktiviert sind, ich aktiviere die Kommentare erst, sobald ich eben gesichert einen Server habe. Davor wäre es nämlich irgendwie unnütz, nachher kriege ich nämlich doch keinen, was zwar sehr traurig wäre, aber wenn dann schon Leute irgendwie Kommentare geschrieben hätten und sich dann ärgern würden. Das heißt, falls die Kommentare aktiviert sind, wenn ihr das jetzt seht, könnt ihr schon mal sicher sein, dass ich einen Server gefunden habe und dass es am Freitag, den 19.04. um 20 Uhr stattfindet. Und ja, das war es dann erstmal hiervon. Also es wäre richtig cool, wenn ihr einen Server hättet und ihr mir den zur Verfügung stellen könntet oder irgendwen fragen könntet, der eben einen Server hat. Weil das wäre einfach mal eine richtig coole Aktion wieder hier, finde ich zumindest und würde mir riesig Spaß machen und ich hoffe euch auch. So, das war es jetzt erstmal von diesem Teil, also falls ihr Interesse habt, schreibt einfach in die Kommentare was, irgendwas, ist vollkommen egal. Aber was ich noch anhängen muss, ist es auch egal, ob ihr 10 oder 1 Kommentare schreibt, es zählt gleich viel. Also natürlich könnt ihr 10 schreiben, aber ihr werdet dadurch nicht 10 mal gewertet. Und insofern, ja, war es das erstmal von diesem Video. Ich schreibe euch an, falls ihr eben ausgelost wurdet, das Auslösen werde ich dann denke ich mal so am 18. oder so machen. Sehen wir dann. Also gut, ich sage noch einmal, wenn ihr einen Server habt, schreibt mich einfach an, wäre richtig cool. Danke und bis dann. Ciao. Ciao.